Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einem weiteren Teil Football Manager 2016 und wir sehen, dass wir hier so ein bisschen den Spielplan der U23 der USA sehen und da wartet ja demnächst ein nettes Turnierchen auf uns, wo es, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich meine um etwas geht im Sinne von Olympia-Quali oder so, genau, Olympia-Gruppe oder es ist schon die Olympia, die Olympischen Spiele, jawohl, es sind schon die Olympischen Spiele, also gar nicht mehr qualifizieren, wir sind ja schon qualifiziert, da haben wir uns ja auch schon durchgesetzt, stimmt ja. Ja, also hat wieder ein bisschen länger gedauert, bis der nächste Teil kommt. Und jetzt könnte ich euch eine lange Geschichte erzählen. Fakt ist, Seminararbeit, dann kommt noch dazu, dass ich momentan noch Vorbereitungen für eine Klausur treffe, dann habe ich ja jetzt auch nicht den ganz unstressigsten Job leider. Also all das kommt zusammen, dann wird man sich auch noch ein bisschen körperlich betätigen. Es ist alles so ein bisschen viel, aber dann schreibt man sich das mal so ein bisschen hier aus den Rippen raus, um 23.59 Uhr, gerade nach dem Spiel Frankreich gegen Island, 5 zu 2, wo ich sagen würde, dass normalerweise das Spiel hätte gar nicht übertragen werden dürfen, weil da hätte man normalerweise FSK 18 machen müssen, denn es war eine Vergewaltigung im Live-TV. Also es war wirklich nicht schön anzusehen, was die Isländer da zum Teil von den Franzosen, ja, oder was denen angetan wurde, möchte man fast so sagen. Wir Deutschen ja sehr, sehr glücklich auch zum Teil, ja, gegen die Italiener weitergekommen. Also glücklich im Sinne von, dass Elfmeterschießen ist nun mal nachher Glückssache, muss man so sehen. Und für mich, ja, Özil, schlechtest, also einer der schlechtesten, dann Müller, ja, haben alle gesagt, Mann, war der gut, der war so klasse, Mensch. Also ich bin ja auch Bayern-Fan und ich sehe den ja ab und zu auch mal bei Bayern, ja. Und ich finde es immer faszinierend, dass man so viele Spielsituationen nicht gut lösen kann. Also ich sage mal, wirklich viele auch schlecht löst und man trotzdem irgendwie doch von allen so wahrgenommen wird, als wenn man da der Mann wäre. Also der Typ hat den Elfmeter verschossen, weil er momentan spielt, als wenn, ich weiß nicht, als wäre seine komplette Form weg, als wäre die Europameisterschaft für ihn so ein bisschen, ja, man sagt ja schon, es ist so ein bisschen verflucht für ihn und ich möchte fast zustimmen, weil der da wirklich nicht gut spielt. Aber gut, lassen wir das mal dahin. Also ich meine, ich habe meine eigene Meinung und ja, man soll nicht so viel meckern, dann heißt es wieder deutsche Mentalität, man meckert, egal ob man gut spielt und gewinnt. Aber man muss ja auch mal ein bisschen Kritik sich gefallen lassen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so wie jetzt auf den Mehmet Scholl draufgehauen wird, kann ich auch nicht so ganz nah vollziehen. Denn meines Erachtens, auch wie der persönliche Meinung, das könnt ihr natürlich auch gerne revidieren und sagen, nein, du hast da völlig Unrecht, aber meine persönliche Meinung, die kann mir keiner nehmen, ist nun mal so, dass ich auch davon überzeugt bin, dass man das Spielsystem nicht hätte unbedingt den Italienern anpassen müssen. Dass man nicht mit einem Spielsystem durch die ganze Europameisterschaft kommt dahingestellt, aber dass man genau sich jeglicher Stärke im Offensivspiel beraubt, was wir getan haben, indem wir das italienische System übernommen haben und quasi sich beide neutralisiert haben im Mittelfeld, war es nicht wirklich schön anzusehen. Wenig herausgespielt ist, das Tor, was Nei Özil nachher erzielt hat, war meines Erachtens auch halt mehr aus einer Situation heraus, die gar nicht zum Spielplan gehört hat. Das wurde nachher auch gut analysiert im Nachgang, dass es eigentlich kein Matchplan-Tor war, sondern eher ein Tor war, das so ein bisschen aus, ja, ich sag mal, zwei, drei Aktionen heraus passiert ist, die so eigentlich gar nicht geplant waren oder auch nicht gewollt waren. Gomez auf den Außen, da soll der gar nicht stehen, spielt den Ball schön zu Hector durch, der vorher noch irgendwie zurück zum Trainer geguckt hat, gar nicht wusste, dass er durchlaufen darf, kriegt den Ball dann irgendwie durch, der Ball ist auch noch abgefälscht, also Hector hat jetzt auch nicht unbedingt die beste Partie seines Lebens gemacht, nochmal da, also auch nochmal meine persönliche Meinung, ja, dann wird das Ding irgendwie abgefälscht, geht in die Mitte und Özil hält mal den Schlappen rein, ja. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, so ein bisschen aus der Luft, weil klar, wir waren Feldüberlegen, aber Torschaußen groß haben wir uns nicht rausgespielt, aufgrund dessen, dass die Spielsysteme sich zu ähnlich waren. Und was dann nachher den Elfmeter von Jerome angeht, ich denke mal, bisher tatsächlich der Beste, meines Erachtens, macht da eine völlig unsinnige Aktion, weiß er auch selber, ist ja auch heftig veräppelt worden mit einigen Fotomontagen, da gab es einige witzige Bilder, muss man dazu sagen. Ich nehme mir übrigens hier mal das Frontierspiel an, sorry, ich bin noch so in Rage so ein bisschen, weil ich habe mir gerade auch mal das Elfmeterschießen angeguckt, so im Real Life wollte ich mir das nochmal angucken, so mit englischem Kommentar, das ist ja immer nochmal sowas anderes, ist immer witzig, wie die, die die deutschen Elfmeter sehen, ist schon immer alles vorher klar, aber es war halt nicht insgesamt gesehen, nicht die Partie, die ich mir erhofft hätte, nicht die Partie, die vielleicht auch Deutschland fähig gewesen wäre zu spielen. Kimmich auf den Außen dann, ich sag mal, mit diesem Fünferverbund, der ja dann bei gegnerischem Ballbesitz quasi aus der Abwehr heraus entstanden ist, war natürlich sehr defensiv. Und wie gesagt, im Mittelfeld hat man relativ wenig gesehen, Kroos auch nicht mit seiner besten Partie, der sowieso jetzt so in letzter Zeit trotz seiner überragenden Übersicht und seiner überragenden Pässe in den Raum, ja, das hat er natürlich überragend drauf, aber in der Partie und auch in der letzten Partie war er nicht gut, meines Erachtens, hat er auch nicht gut gespielt, also, und jetzt wird es natürlich interessant, Frankreich 5 zu 2, sehr, sehr deutlich, sehr gut gespielt, trifft jetzt auf ein deutsches Team, das hoffentlich wieder sein System ändert, aber dann verzichten muss auf Gomez, ja, also der für mich vorne sehr wichtig war, weil Götze, ne, Leute, ehrlich, komm, er ist einfach nicht, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, ich bin Bayern-Fan, ja, immer schon, wirklich Tag 1, also ist jetzt niemand, ich bin jetzt nicht Bayern-Fan geworden, weil es super einfach ist, weil ich wohne halt in der Nähe von Gelsenkirchen, da erzählt mir jetzt nicht, dass es einfach ist, ganz im Gegenteil, das ist eher schwierig, ja, mit den ganzen Schalkern und Dortmundern, aber, hey, muss man halt wissen, was man guckt und, oder wie man jetzt spielt und, 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 und Schweini angeschlagen, Kedira, EM aus vermutlich, heißt, es wird ganz, ganz schwierig, gerade im Mittelfeld neben Kroos, wen soll man dann hinstellen, wird ganz interessant, welche Lösungen sich der Bundestrainer einfallen lässt, ich hoffe nicht, dass er in dem System, das wir jetzt gerade gespielt haben gegen Italien, weiter verbleibt, wäre auch eher unrealistisch, weil, erstmal gab es viel Kritik an dem System, ich glaube, er war selber nicht hundertprozentig zufrieden, gerade in der Offensivbewegung fehlte halt einiges, es war natürlich auch keine leichte Mannschaft, ja, aber, da muss mehr kommen, sorry Leute, meine, meine persönliche Meinung, also, gegen Frankreich muss mehr kommen, da hilft alles nichts, ähm, sonst, muss man sich, glaube ich, starken Franzosen geschlagen geben, und das wäre doch sehr, sehr schade, das wollen wir alle nicht sehen, alle deutschen Fans, ich bin der Erste, der mit der Fahne draußen steht, aber, hey, Leute, das, ähm, war gegen Italien eher nichts, ja, also, klar hätte man das am Ende nach Hause schaukeln müssen, weil die Italiener eigentlich vorne gar nichts hatten, aber wir hatten vorne auch nicht viel, ne, wir hatten nach der Aktion, nach dem Tor, hatten wir dann noch die Gomez-Aktion, da hat er aber nicht den Ball aufs Tor gebracht, sondern das war, glaube ich, Chiellini, der den eigenen Torwart geprüft hat, und, ähm, auch da hat er mit dem Rücken zum Tor angenommen, trotzdem sehr gut gemacht, hat natürlich Buffon überragend gehalten, das war noch die dickste Chance, so, und was hatten wir noch? Ja, da fällt es schon schwierig, da fällt es schon wirklich schwierig, ähm, das Tor von Schweinsteiger das nicht gezählt hat, war klares Foul für mich vorher, also, und die Italiener hatten in der ersten Halbzeit, wenn wir uns erinnern, auch eine sehr, sehr große Chance, mit Sturaro, der dann nachher aus der zweiten Reihe knapp verfehlt hat, wo Boateng noch den Schlappen dazwischen gehalten hat, also, es war, es war ein, ein Schwergewichtskampf, und, ähm, leider so einer wie, sage ich mal, die Klitschkos ihn zum Teil pflegen, nämlich viel Geklammer, im, ja, mittendrin, kaum mal Schläge, also, ich gucke den auch gar nicht mehr so gern zu, irgendwie beim Boxen, äh, weiß ich auch nicht, wie es euch da geht, aber, und das, das erinnerte mich so sehr daran, also, wirklich sehr, natürlich schön nachher, dass wir gewonnen haben, aber, für mich haben halt auch die Schwächsten verschossen, also, ich meine, irgendwie Özil, ja, bis auf das Tor, er hat sich gesteigert, er ist nicht mehr so schlecht wie davor, definitiv nicht, ähm, die WM haben wir trotz Özil gewonnen, ich glaube, da sind wir uns alle einer Meinung, also, könnt ihr mich auch gerne korrigieren, wenn ihr meint, dass er Özil da einen Riesenanteil hatte, aber da waren sich so ziemlich Fußball-Deutschern einig, dass das nicht der Fall war, jetzt hat er sich gesteigert, das Ganze, die ganze harsche Kritik ist auch zum Teil übertrieben, er macht schon auch viel auf dem Platz, aber zum Teil wirkt es doch ein bisschen lustlos, das liegt auch an seiner Art und Weise, sich auf dem Platz zu bewegen, und, ähm, ja, dann Müller, ja, wie gesagt, nicht sein Turnier, definitiv nicht, auch bei Bayern hat er halt viele Tore geschossen, aber man muss auch mal die Spiele sehen, und das tun halt so wenige, und da macht er schon auch viel kaputt, leider, und, äh, wie gesagt, das seht jetzt auch mal Fußball-Deutschern, aber auch nicht wirklich, weil er war ja angeblich einer der Besten, hab ich nicht so gesehen, Leute, hab ich nicht so gesehen, gut, soll man mal da hingestellt lassen, also jetzt haben wir sehr viel über die EM geredet, ähm, Frankreich wird ein sehr interessantes Matchup, definitiv, ähm, normal hätte ich eigentlich ein Video nur dazu machen müssen, ich könnte dir Stunden darüber erzählen, das haben wir schon fast 10 Minuten verplempert, aber es ist ja wirklich, ähm, ein aktuelles Thema, und ich denke mal, dass das alle auch so ein bisschen interessiert, viele haben auch, oder jeder hat seine eigene Meinung, ähm, finde ich auch gut, wenn wir darüber diskutieren können, gerne in die Kommentare, aber, ja, Schweini auch in den Nachthimmel, kennt man ja, äh, Finale dahoam, ja, auch da verschossen, den entscheidenden Elfmeter damals sogar, und, ähm, ja, irgendwie hab ich das schon gerochen, als er da hingegangen ist, aber Neuer, muss man auch sagen, Weltklasse, und, ähm, ja, mit ein bisschen Glück, dann gewonnen, bei drei verschossenen Elfmetern, noch weiterzukommen, ist nicht die Regel, definitiv nicht. So, Saisonvorbereitung, die Mitarbeiter würden sich gerne mal vorab treffen, das tun wir, da gibt es einige zu beobachten, hier gibt es einige geeignete Kandidaten, für die Kapitänsbinde, und, upsala, ähm, hier noch, äh, mögliche Elfmeter schützen, die wir jetzt einfach auch mal dazu packen, normalerweise wissen die Mitarbeiter das schon ganz gut, da brauche ich jetzt nicht einzeln in die Werte reingehen, und gucken, ob die wirklich Elfmeter schießen können, die empfehlen mir da normalerweise keinen Elfmeter schützen, der irgendwie eine schlechte Wertung hat, dementsprechend vertraue ich dem. Letzter Teil, hier steht der Kader, momentan sind wir relativ weit, äh, jetzt habe ich letztes Mal noch einen Kommentar gekriegt, den ich natürlich nicht unterschlagen möchte, nämlich, dass, ich doch nochmal schauen wollte, nach einem Fitnesscoach, glaube ich, aber ich meine doch, den haben wir eingestellt, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, muss ich dazu sagen, Deutschland gewinnt die zweite Runde, also hier geht es auch weiter für Deutschland. So, jetzt lass uns doch mal ganz kurz in die Mitarbeiter gehen, bevor wir hier weitermachen. Also, wir haben einen Physiotherapeut, ich meine auch, dass wir den doch vor kurzem erst gewechselt haben, das ist auch so, der ja, das ist also 14er Wertung, das war okay, wir liegen in einigen Dingen halt noch unter dem Durchschnitt, auch beim Fitness, das, oder auch bei der Fitness, sagen wir so, das heißt, hier gäbe es noch Potenzial, aber ich habe ja auch gesagt, die Verträge laufen erst am 1.7. aus, das müssen wir im Kopf halten, wenn unser Co-Trainer beispielsweise die Segel streicht, den werden wir nicht verlängern und dementsprechend werden wir dann natürlich die Chance bekommen, auch hier nach einigen neuen Kriterien zu suchen, im Offensivspiel wäre es zum Beispiel wichtig, etwas zu tun, sehen wir Fitness auch sehr gerne und was haben wir hier, Führungsqualitäten, das ist ja für einen Co-Trainer enorm wichtig, das ist eines der Dinge, die einen Co-Trainer auszeichnet, sehen wir hier, die sind nur bei 6, das ist also unterdurchschnittlich auch, was die Van der Rheimer-Konferenz angeht und seine anderen Fähigkeiten sind auch überschaubar, sodass wir da natürlich auch ein Auge drauf haben, aber wie gesagt, 1.7., also noch ein bisschen gedulden, was die weitere Einstellung von möglichen Verstärkungen im Trainerteam angeht, denn da müssen wir dann schon auch noch drauf warten, wenn wir die jetzt vorher rauslösen, würde uns das Geld kosten, das wollen wir natürlich verhindern und einige Spieler verlassen uns noch, deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen immer am weitermachen, erzähle eine ganze Menge und wir sehen ja auch gleich, dass hier 2, 3, 4, 5 Spieler, nein, 4 kommen zu uns und einer schließt sich Wrexham an, das ist Grimes, den wir verkauft haben und ich glaube auch, wobei Magri müsste schon weg sein, glaube ich, den haben wir ja schon ersetzt, der halt auch verkauft wurde, noch für ein bisschen Geld, weil viel hätten wir dafür eh nicht mehr bekommen und dann sieht das Team doch schon mal ein ganzes Stück anders aus und dann müssen wir mal gucken, wo wir vielleicht noch Kleinigkeiten dran drehen können, zum 1.7. werden einige Spieler vertragslos, das heißt auch da werden wir dann natürlich eine neue Verhandlungssituation haben, denn Spieler, die vertragslos sind, kommen dann vielleicht auch mal in Gespräche mit Teams, die eventuell gar nicht für einen interessant gewesen wären vorher, weil man die Erwartung hat, als gebundener Spieler eines Zweitliga-Klubs zum Beispiel nicht mit einem aus der Vanorama-Konferenz zu sprechen, aber hast du keinen Vertrag, hast du kein Geld, hast du kein Einkommen, willst du Vertrag, willst du Geld, willst du Einkommen haben, musst du vielleicht dann auch mal diesen Schritt dann in eine Liga darunter eingehen und das ist ja so ein bisschen das, hatte ich auch gesagt, worauf wir spekulieren wollen. Wir haben übrigens jetzt den 30.06. Das ist der Tag, wo einige Verträge auslaufen und dann haben wir den 1.7. und dann geht's los, Leute. Eine ganze Menge zu tun, alles auf dem Schirm für euch, natürlich. Und nochmal, ich finde es klasse, ich lese es auch im Meistertrainer-Forum, dass hier einige wirklich jeden Teil gucken und auch immer bis zum Ende gucken, das finde ich natürlich wirklich klasse. Ich freue mich über jeden, der reinschaut. Ich habe schon immer gesagt, ich mache es nicht dafür, um mir hier reich zu werden, dafür lade ich auch fast schon zu unregelmäßig hoch. Da müsste ich viel mehr Energie, glaube ich, auch reinstecken und da wisst ihr auch, dass ich da auch haushalten muss, weil ich halt so viele Baustellen habe, die ich euch ganz am Anfang des Videos aufgezählt habe. Studium, Job, Freundin will bespaßt werden, ja, nicht so wie ihr das jetzt denkt. Aber, ja, man muss halt gucken, wir nähern uns jetzt übrigens auch dem echten Datum an. Wir haben ja morgen oder heute, jetzt gerade, 0.13. den 4.7. Also auch nicht mehr so weit weg. Jetzt haben wir übrigens hier einen Tag, wo auch viel simuliert wird. Das heißt, auch da müssen wir jetzt so ein bisschen drüber quatschen, weil das halt ein Stück länger dauert. Aber ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich finde übrigens auch diesen neuen Turniermodus, vielleicht kann man darüber noch kurz sprechen, auch in der Europameisterschaft gut. Einige Teams, man hat ja oft gesagt, naja, die Qualität lässt zu wünschen übrig und so weiter und so fort. Aber ich meine, sowas wie Island wäre so oder so bei einer Europameisterschaft dabei gewesen, denn sie sind nun mal Erster in ihrer Gruppe geworden, Europameisterschaftsqualifikationsgruppe. Und das vergessen viele auch. Island ist zu Recht da, wo sie sind. Und sie, klar sind sie klare Außenseiter gewesen, 300.000 Einwohner, so viel wie Leicester City, der Meister in England, komplett in der Stadt hat, also Einwohner. So viel hat Island als Land Einwohner. Und da muss man das noch mehr zu schätzen wissen, denn da halt dann eine entsprechende qualitativ hochwertige Elf herauszufiltern, ist gar nicht so leicht. Und man hat ja gesehen, was England sich schwer getan hat und am Ende ja auch ausgeschieden ist, zu Recht übrigens. Jetzt gibt es auch, ganz witzig, solltet ihr vielleicht auch mal schauen, kann man im Steam Workshop witzige Dinge bekommen, so Taktik von Roy Hodgkins, wie er ausgeschieden ist, also Nonsens, Taktiken werden da erstellt, einfach nur um sie mal zu spielen, um zu sehen, wie hoch man verliert gegen die schlechtesten Teams, die man sich vorstellen kann. Also man merkt schon, da ist das Frustrationspotenzial sehr hoch, logischerweise. Ich glaube für England, so haben sie es genannt, die vernichtendste Niederlage ihrer Fußballgeschichte, wobei man auch ganz realistisch sein muss und sagen muss, Island war gut, Qualifikation gut, alles gut und dann ist das auch gar nicht so schlimm, da zu verlieren, meines Erachtens. Wobei natürlich, sie hätten die schon schlagen müssen, also davon ab. So, nee, den wollen wir natürlich nicht, also geben wir ihm vom Verein los und auch Hook ist einer der Torwarttrainer, der, wenn wir uns seine Mitarbeiterattribute anschauen, aber kein gutes Torhüterspiel hatte oder nur 10, ich hatte gesagt, da kriegt man eventuell noch jemand Besseres und dementsprechend geben wir den auch frei. So, damit sind diese zwei weg und ihn endet, Freiter endet. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wobei haben wir schon den, wir haben den ersten, das heißt Freiter wäre jetzt vertragslos und das ist so und jetzt mal ein Vertragsangebot und ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau und dafür müsste ich mir jetzt das letzte Video nochmal angucken, aber das ist enorm viel weniger als vorher und damit wieder interessant, weil ich sag mal, diese 125 Euro, die kann man vielleicht schon mal erhandeln. So, ohne Gegentorprämie würden wir ihm sogar vielleicht lassen, aber machen wir halt nur 100. Wir würden ihm drei Jahre Vertrag anbieten, Handgeld bekommt er auch und jetzt passt es und jetzt würden wir ihn holen und damit hätten wir Freiter verpflichtet, theoretisch, das ist doch schon mal nicht schlecht. So, Assistenztrainer bei Dover Athletic U18 läuft aus, da müssen wir gerade mal gucken, ob der entsprechend gut ist, nein, ist er nicht, also auch den können wir vom Verein losgeben, dann gucken wir weiter, die Jallos Vertrag, wollen wir den weiter verpflichten und auch da haben wir uns entschieden, nein, das wollen wir nicht. Dann haben wir Smith Vertrag, Trainer Darren Smith, auch U18, hat ordentliche Werte, taktische Kenntnisse sind nicht überragend, aber seine restlichen Werte sind für mich überzeugend genug, um zu sagen, ja, dem würden wir vielleicht noch mal einen neuen Vertrag anbieten. Machen wir das doch mal, verhandeln hier ein bisschen und würden jetzt, oh, ich habe fast auf Freigeben gemacht, würden dann ihm noch mal einen entsprechenden Vertrag anbieten. Jeffrey, das ist jemand, dem man jetzt einen Profi-Vertrag geben könnte, das machen wir aber nicht, Porma ist der Nächste, auch da ist das Potenzial sehr gering, also lassen wir das, wir lassen elf Spieler ziehen, Gillingham, sorry, wir lassen fünf Spieler ziehen, Dovaletic-Verträge laufen aus, das ist für das kommende Jahr, also zwölf Monate und da sehen wir jetzt, Bad zum Beispiel, den wir natürlich halten wollen, da lassen wir uns aber vielleicht noch ein bisschen Zeit, den zu verlängern, ich glaube nämlich, wenn wir ihm jetzt einen neuen Vertrag anbieten, wobei, ich sehe gerade, was ist denn sein bestehender Vertrag und mal ganz kurz, wie viel er da verdient, ja, das ist nicht viel mehr, er hat natürlich jetzt auch das Alter, muss man dazu sagen, dass wir halt berücksichtigen müssen, ohne Gegentorpräbier streichen wir und dann gucken wir mal, was er sagt, aber das will er nicht, also schon klare Vorstellungen auch, dann lassen wir ihm mal das Gehalt und streichen ihm aber hier die variablen Prämien und das wäre okay, zwei Jahre kann man den mit Sicherheit noch weiter verlängern, ja, mehr Wett, Coffee ist der nächste, wobei, da bin ich mir jetzt sehr unsicher, ich glaube, da wird es richtig schwierig, dem neuen Vertrag anzubieten, weil er auch keinen Bock hat auf uns, glaube ich, Tingei, eine der Stützen in der Innenverteidigung, auch dem würde ich natürlich herzens gerne einen weiteren Vertrag anbieten und gerne auch ein drittes Jahr, gucken wir mal, ob der das macht, auch das für günstig Geld ist möglich, Coffee wäre der nächste, wie gesagt, der will bestimmt, wenn ich ihn jetzt frage, nicht verhandeln, das war klar, das ist uns aber auch schon irgendwo bewusst gewesen, so, hier laufen einige Verträge aus, wir gucken mal gleich, Lebers Vertrag läuft aus, Hook läuft aus, Sandman läuft aus, so, damit ist das geklärt, so, und jetzt sind wir quasi mitarbeiterlos, nein, sind wir natürlich nicht, aber wir haben hier eine ganze Menge offene Stellen und wir gucken mal in den Vorstand, was wir uns denn alles leisten dürfen, einen Jugendabteilungsleiter, einen Co-Trainer logischerweise, den wir verloren haben, Assistenztrainer suche ich, bin ich wahrscheinlich schon dran verbunden, bei Trainerstab einen, also einen Assistenztrainer dürfen wir uns auch gönnen, Physiotherapeuten haben wir auch keinen aktuell, warum haben wir keinen, ich habe doch einen eingestellt, das irritiert mich gerade, Physio, wir haben einen Chefphysio, aber du darfst noch einen Physio, einen weiteren Physiotherapeuten einstellen, ja, ob wir das tun, wir sind hier eigentlich schon über dem Limit, also überdurchschnittlich gut aufgestellt, aber wenn wir das dürfen, sollten wir das auch nutzen, wir wissen, haben natürlich im Kopf, dass das Ganze auch Geld kostet, keine Frage, so Mitarbeiter, jetzt kommen wir wieder in diese eklige Personalsuche, das mir echt leid tut, dass das so bescheuert ist, aber was soll ich tun, was soll ich tun, es ist leider echt überschaubar, wobei jetzt habe ich gerade alle gesehen, ja, auch jetzt sehe ich alle, das ist doch mal was, und dann wollen wir noch was hinzufügen, ich hoffe, das klappt, Attribute, jetzt slumpt er schon wieder etwas, Führungsqualitäten, haben wir ja gesagt, wäre noch so ein wichtiger Aspekt, der hier nicht zu berücken, oder der hier nicht niedrig einzuschätzen ist, sondern eher hoch, wir sehen hier, ich drücke hier drauf, da passiert gar nichts, so, jetzt haben wir natürlich wieder zu viel, einmal, zweimal, jetzt sollten alle auf 10 sein, na komm, hä, 9, was soll der Mist hier, komm, 10, so, zack, einen, Gary Holloway, und das ist doch mal einer, der fühlt sich richtig Lohn, das sieht richtig schön aus, wollen wir nicht als Co-Trainer verpflichten, keine Frage, so, der wäre auch einiges mehr, jetzt mal gucken, oh, auch günstig, geile Werte, sofort zu haben, und, äh, hat hier einiges an Qualitäten, einiges, äh, mental, Sache, Arbeit mit jungen Spielern, wichtig, taktisch, nur eine 7, Anführungszeichen, aber dafür hier 10, 11, 10, 13, 14, also alles das, was einen Co-Trainer eigentlich auch haben muss, das hier holen wir uns jetzt über den Assistenztrainer wieder rein, nämlich taktisch, technisch, und auch Verteidigung, ähm, taktisch, technisch, Verteidigung, soll ich mir das noch aufschreiben, bevor ich das vergesse, äh, 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 taktisch, 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 technisch, und was haben wir gesagt, Verzeidigung, sorry, dass ich das hier mal eben so für mich mitnotieren muss, ähm, Personalsuche, so, jetzt brauchen wir ja andere Sachen, wir brauchen keinen Co-Trainer mehr, wir brauchen einen Assistenztrainer, und da sind uns diese Sachen hier eher unwichtig, wir wollen haben, was habe ich gesagt, taktische Kenntnisse, taktik, dann wollen wir, ne, doch, Attribute, taktik, äh, weißt du, ich habe das schon wieder echt, ich, so, taktisch, so, wo ist hier technisch, technisch, ach, das war gar nicht, das war doof, taktische Kenntnisse brauche ich nicht, falsch, 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 wir brauchen taktik, taktisch, jetzt habe ich zweimal taktisch, meine Güte, Herrgott, Technik, so, und, Verteidigung, schneller, Verteidigung, 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 äh, Defensivspiel, so, alles auf 15, logischerweise finden wir keinen, hätte mich jetzt auch stark gewundert, ähm, gehen wir runter, 13, 13, 13, warten einen kurzen Moment, ja, okay, das war mir jetzt auch noch, das ist auch noch zu erwarten, alles auf 12 ist auch eher schwierig, alle zu auf 11, da finden wir jemanden, aber der ist leider schon Trainer bei Braintree Town, den könnten wir versuchen abzuwerben, äh, nee, sorry, ich will den eigentlich, will ich ihm ein Vertragsangebot machen, ja, Angebot unterbreiten, ich will ihn nicht als Spieler, ich hätte ihn gerne, als, wieso kann ich nichts, wieso kann ich jetzt nichts wählen, nee, Moment, ich will ihm doch, Moment, ich will ihm doch eigentlich, ich will ihn nicht als Spieler, was ist das, was soll das, wie kann ich das jetzt weg machen, warte mal, hier, äh, es ist immer dieser Mist, wenn du die Mitarbeiter währst, so, ich will ihm ja jetzt ein Vertragsangebot machen, aber ich kann ihn jetzt nicht, ja, ich kann ihm natürlich ein Angebot unterbreiten, aber ich will ja nicht, ich will ihn ja jetzt nicht als, als Spieler verpflichten, das ist das Problem, das als U23 geht es, aber mir fehlt die Option, das jetzt hier zu tun, als, als, ähm, dementsprechend, äh, gucke ich jetzt vielleicht erstmal noch weiter, weil, äh, wie gesagt, den kriegen wir jetzt gerade irgendwie nicht hin, warum auch immer, hier finden wir wieder nur einen, oh, das ist echt hart, ne, das, äh, gibt es nur einen, der das kann, das sind schon mal eine ganze Menge mehr, auch viele Assistenztrainer, da wären dann auch ein paar dabei, die Sinn machen, guck mal hier, Technik 12, taktisch 9, Verteidigung 10, das ist doch mal jemand, dem machen wir jetzt mal ein Vertragsangebot, den wollen wir haben, als, nicht U18 Assistenztrainer, sondern als Assistenztrainer, aber ein bisschen viel Geld, ne, ach, da will er noch mehr, der Junge, machen wir mal so, also, das ist auch okay, 325, damit hätten wir auch einen Assistenztrainer, so, jetzt könnte wir noch einen Sportdirektor holen, aber, wir gucken mal ganz kurz, ach, falsches Ding, so, was brauchen wir noch, Co-Trainer haben wir, Assistenzstab haben wir, Trainerstab also, Chefphysio haben wir, aber jetzt könnte ich noch einen Assistenztrainer für die U18 holen, Sportdirektor, Jugendabteilungsleiter, auch interessanter Job, Ehrlich gesagt, gut, dem haben wir ein Angebot gemacht, das ist hier auch noch so einer, dem könnten wir doch jetzt mal ein Vertragsangebot für die U18 machen, machen wir auch, verhandeln, macht er, passt, so, next one, so, und jetzt brauchen wir, wir brauchen einen Jugendabteilungsleiter, da sollte meines Erachtens natürlich vor allen Dingen das Attribut Arbeit mit jungen Spielern eine Rolle spielen, wenn ich mich denn nicht total irre, Gareth West ist da einer, mindestens 15, das ist sehr viel, also Beurteilung der Fähigkeiten spielt auch noch eine Rolle, gut, dass wir das auch festgestellt haben, das heißt, hier machen wir, also, auch noch Beurteilung der Fähigkeiten, und hier machen wir noch Beurteilung des Potenzials, und dann haben wir auch da die perfekten Filter wieder, jetzt könnte man die Filter speichern, wenn man sich unsicher ist, das geht, wahrscheinlich liegt es also gar nicht so sehr jetzt auch an der Arbeit mit jungen Spielern, sondern an der Beurteilung der potenziellen Fähigkeiten und auch der der aktuellen Fähigkeiten, hier sehen wir Arbeit mit jungen Spiel 17, Leute, was sind denn hier für geile Leute dabei, wir brauchen einen Jugendabteilungsleiter, bitte für zwei Jahre, was möchtest du denn da haben, Monos 275, ja, super, super, nehmen wir, wenn mal, wir hauen uns hier einen Mitarbeiterstab zusammen, wir sind nachher die Könige der Wandereramer-Konferenz, so, also, bisher doch gute Ausbeute, würde ich jetzt mal sagen, also, da waren einige Interessante dabei, hat heute auch nicht so geslammt, ja, noch positiv, noch positiver, also auch, das scheint wieder zu klappen, Transfermarkt ist offen, so, ach so, was ich jetzt hier schon wieder fast vergessen habe, also Freighter, ja, weil, Parkinson, ja, haben wir, stimmt, aber, Freighter ist eine gute Ergänzung, haben wir festgestellt, oh, hier fehlen noch einige Spieler, sind noch nicht da, wo sind die denn, oder sind die jetzt schon hier wieder runtergerutscht, sollte nicht der Fall sein, warte mal, gerade mal in die, da ist er, Falk, Bolkia, der ist auf jeden Fall runtergerutscht, ähm, das passiert schon mal, zur ersten Mannschaft schieben, Grimes ist weg, was ist das denn, John Coffey, wieso ist der nicht in der ersten Mannschaft, auch Schwachsinn, oh, jetzt fragt mich nicht, wie ich hier alles verpflichtet habe, das ist, der nicht, der auch nicht, der auch nicht, und der auch nicht, so, Transfers, gucken wir nochmal ganz kurz, so, da kommen noch einige, Jobangebote ist klar, Jobangebote, das ist klar, auch klar, Transfer, wechselt am 1.7., wir haben noch den 1.7., 6 Uhr morgens, na, was erwarte ich denn, so, Jake Lill ist der jüngste, Co-Tan, jetzt rücken, wird das, äh, für sie etwas ändern, wie geht es nun weiter, bei allem Respekt vor Jake, aber so ist es nun, und wir müssen, das Positive sehen, natürlich, haben wir den Blick, vorausgesetzt, oder, in die Zukunft gerichtet, ich hab gesagt, ich wollte noch ein paar Freundschaftsspiele organisieren, fürs Team, die Saisonvorbereitung hat ja bereits gestartet, das war ja so der nächste Step, der noch fehlte, wir sind gar nicht viele, viele Tage vorangekommen bisher, aber schon wieder erhebliche Veränderungen, die eine Rolle spielen werden, bei der, oder für die neue Saison, logischerweise, ich bin auch sehr gespannt, auf die Olympischen Spiele, sind mit Deutschland, glaube ich, der U23, in einer Gruppe, so, da schließt einer seinen Transfer ab, so, ja, dann lassen wir doch mal eine Verpflichtung empfehlen, ein Scout, dem wir noch verpflichtet haben, Correton, neuer Scout, bei Dover, dafür verlässt er, oder beendet seine aktive Karriere, das ist gut, wir lassen uns einige Empfehlungen geben, hat, so, Andy Rafferty, ist verpflichtet worden, bei Hempstreetown, Ben Afra, Wrexham, Grimes haben sie verpflichtet, das ist richtig, Dover holt drei Neuzugänge, ich denke mal, da haben wir vielleicht, oder, nicht nur vielleicht, da haben wir, denke ich, gute, gute Dinge mitgetan, hier, der 31st, die Reaktion ist nicht gut, ja, die ist wirklich nicht gut, aber, der junge Herr wird uns deutlich weiterhelfen, Wettbewerbsranglisten bekannt gegeben, da kann man jetzt reingucken, komm, ach, komm, machen wir mal, also Major League Soccer, logischerweise die erste amerikanische Profiliga, auf Platz zwei, da drüber, nur noch die mexikanische erste Liga, ja, Bewertung, okay, wie gesagt, Major Soccer League, oder League Soccer, ist sehr, sehr schwierig zu spielen, wenn man mal in den USA Trainer war, dann wird man erstmal merken, was denn da für Regeln hinter sind, also die haben es, dieses komplett amerikanische System, mit Celery, Cap und so weiter, was man auch aus dem Basketball kennt, und auch aus anderen amerikanischen Sportarten, die haben halt nicht so freie Transfers, man muss eine gewisse Struktur einhalten, es gibt so viele Regeln, wer das schon mal tatsächlich trainiert hat, der wird wissen, dass das alles andere als ein Zuckerschlecken ist. Einige entlassen ihre Spieler, davon wäre jeder für uns interessant, Problem ist, dass, glaube ich, keiner davon, auch nur ansatzweise Lust hätte, mit uns zu quatschen, das verstehen wir logischerweise. So, was haben wir denn? Also, ich bin ja happy mit fast allem, bis auf, ich glaube, die Innenverteidigung könnte, trotz alledem, dass wir hier gute Leute haben, übrigens sehen wir jetzt, dass Tom Bonner nur eine Alternative dahinten, was ist denn jetzt hier aufgestellt, als VZR, doch, da sagt er mir sogar, Parkinson wäre hier der bestere Mann, dann nehmen wir Bonner raus, und bringen dafür Taiwo, Sterling, Tingay, den ich hier gar nicht gesehen habe, wo ist denn der hier? Tingay ist da, Tom Morris, Tom Morris, sagen die jetzt, wäre sogar noch die bessere Alternative zu, 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 lassen wir Tingay erst mal drauf. Aber ihr seht, ich bin noch nicht so hundertprozentig happy. Im Mittelfeld, im Zentralen, gibt es mit Sicherheit auch noch Potenzial, hier ist auch Parkinson wieder ganz weit vorne mit dabei, Leddy sogar noch vor Bellamy und vor Dervidic, auch das sollte uns zu denken geben. Ayala auf außen, Mo Sharif kann hier besser spielen und Murphy auf rechts, auch da wäre Mo Sharif interessant, aber auch Payne oder auch Feig Bolkja, der hier sehr, sehr gut spielen kann. Vor einem stumm, Coffee oder halt auch Mo Sharif, Ricky Miller mittlerweile sogar auch eine interessante Alternative. Ich glaube aber auch, dass das gerade damit zusammenhängt, dass wir noch keine Spiele gemacht haben, dass hier auch diese normalen Empfehlungen gerade gar nicht abgegeben werden. So, wir füllen mal ganz kurz die Bank auf, um das auch noch der Vollständigkeit halber gemacht zu haben. Also wie gesagt, in der Innenverteidigung bin ich fest davon überzeugt, hätten wir noch, hier, da fehlt mir jetzt irgendwie die Bewertung des Ganzen. Ich weiß auch gar nicht, warum das hier so gerade aussieht. Haben Sie das? Ja, das ist, der Filter ist richtig, aber weil wir uns wahrscheinlich noch in der Vorbereitung befinden, aktuell halt das Problem, dass wir hier noch nicht wirklich sehen, weil wir haben normalerweise, wenn wir hier draufklicken, kennt ihr ja selber schon die Übersicht, dass wir hier angezeigt bekommen, Rollenstärke und so weiter. Das wird hier gerade nicht angezeigt. Ich glaube, dass das, wie gesagt, damit zusammenhängt, dass wir noch zu weit zurück in der Vorbereitung sind. Also, Innenverteidigung ist ein Aspekt, der mich noch ein bisschen ärgert. Mittelfeld vielleicht noch, mit Freitag kommt vielleicht auch noch mal eine Alternative, die jetzt nicht ganz günstig ist, auch das ist klar. Aber wir suchen, suchen Leute, gerade im zentralen Mittelfeld, in der Innenverteidigung. Aber ihr seht schon, das ist überschaubar. Hier ist jemand, der wäre vielleicht noch jemand, der ist jetzt auch ablösefrei. Ich glaube, den wollten wir schon mal verpflichten. Da war es aber aufgrund der, hier hätte man irgendwie eine, genau, den wollten wir schon verpflichten, mussten wir aber absagen, weil die Entschädigung, Ausbildungsentschädigung, zu hoch gewesen wäre. Und deswegen haben wir das nicht getan. Jetzt gibt es vielleicht noch mal die Möglichkeit, ihm hier einen Vertrag anzubieten. Ich will nicht zu viel Geld bezahlen. Ich will den Kader auch nicht zu sehr aufblähen, aber wir brauchen Alternativen, Leute. Wir brauchen Alternativen. So, das wäre halt, wie gesagt, auch noch eine Option. Und was mir halt noch fehlt, ist so dieser absolute, absolut geile Mittelfeldspieler, der so ein bisschen auch Spielmacherqualitäten hat. Da fehlt uns leider noch so ein bisschen das Material. Da haben wir im Scouting auch kaum was. Also im zentralen Mittelfeld ist es wirklich dünn gesät, wie man sehen kann. Hier wäre noch so einer, der eventuell interessant ist. Auch schon fortgeschrittenes Alter. Fortgeschrittenes Alter. Was jetzt nicht schlimm ist, aber wenn wir hier halt überlegen, was brauchen wir, was wollen wir, dann ist das doch jemand, der sofort helfen kann. Und dann muss man halt gucken, wie passt das Ganze in den Gesamtzusammenhang. Und Nien wird hier sogar noch gesehen als einer, der im Mittelfeld halt besonders wichtig gewesen wäre. Sein Vertrag läuft, aber noch ein Jahr. Auch dem könnte man vielleicht, wenn wir hier ein Angebot machen, vielleicht nochmal zur Leihe. Ende der Saison 0%, 0, 0, 0, 0. Angebot machen. Ja, und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Vielleicht können wir Olinia nochmal ein Jahr verpflichten. Wir bleiben so ein bisschen den Spielern treu. Wobei Olinia wirklich auch bei uns am Schluss halt nicht mehr diese große Rolle gespielt hat. Deswegen kann man das natürlich jetzt nachvollziehen, dass man jetzt sagen könnte, naja, warum möchtest du den denn noch ein Jahr verpflichten, aber warum denn nicht nochmal das Potenzial testen. Und Jobzufriedenheit ist gut. Neuzugänge werden enthüllt. Danach machen wir mal Stopp. Taiwo hat zuletzt da und da gespielt. Sicher keine Freunde hier gemacht und die Fans werden ihm dies noch lange vorhalten. Nein, was im Vergangenenst, müssen wir hinter uns lassen. So, man trägt jetzt das Dover Athletic T-Shirt und die Fans werden ihn unterstützen. Drei Jahre für einen 31-Jährigen. Wenn ich nicht jeden Aspekt zu 100% zufrieden gewesen wäre, hätte ich den Transfer nicht gemacht. Also, ich denke mal, zufrieden kann man sein. Ich würde hier den Teil schließen. Wir haben eine ganze Menge gehört, vor allen Dingen von mir zur EM. Gerne eure Meinungen stimmen dazu. Ich höre immer gerne auch eine zweite Meinung. Und ja, ich denke mal, wir haben, wenn denn alles klappt, mit den neuen Mitarbeitern dann auch entsprechend ein gutes Trainerteam aufgebaut. Haben jetzt noch so zwei, drei Spieler im Fokus. Wir haben noch eine ganze Menge abgegeben. Könnten jetzt nochmal, naja, komm, mach ich nicht mehr. Jetzt läuft wahrscheinlich schon der Abspann. Also, im nächsten Teil gucken wir uns auch nochmal die Finanzen an, wie weit wir denn da noch stretchen können, wie viel Potenzial, oder wie viel Lücke wir noch haben. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bis zum nächsten Teil. Euer KentenTrigo. HD Vielen Dank.